hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei out of reach und mit mir dabei ist der fackelläufer wödan und der fackelträger fackelträger fackelläufer wie man das auch nennen will ja die nacht ist reingebrochen aber wir werden fleißig weiter bauen jetzt ich muss jetzt gerade mal gucken wie es denn überhaupt noch mal war hier mit bauen was hat sogar noch mal gesagt b dann das auswählen holzdeck holzernes fundament so wie groß wolltest du überhaupt machen vier mal vier sollten auf jeden fall denke ich oder ja er bisschen größer oder was meinst du ja würde ich auch eher was haben jetzt 1 2 3 4 5 mal 5 oder was der zwei person wir brauchen schon ein bisschen mehr ich habe mir fackel an gemacht weil das bei mir echt sehr dunkel ist finde ich so 1234 vom fall um baum sorgt 5 ich habe jetzt fünf mal fünf gemacht wünsche wieder am holz sammeln weil ich meinst alles verbrezelt habe ja nicht genügend material für holzwand ja ich komme gleich wiederum fangen schon mit den wänden ja ich sammeln schon mal weiter dann direkt für tür oder in welche in welche richtung willst du die tür haben ja zum wald hin oder was meinst du ich bin mal um sagen wir zu dem berg wenn wir zu dem berg oder da lang raus mach mach mal wie du für richtig hältst also ich bin da mal ein bisschen ja ich auch ich weiß nicht mehr soll auf der nächsten seite hölzerne posten holztürrahmen 6 ich sehe aber gerade bei mir ist es auch ziemlich dunkel ich mache jetzt auch mal die fackel an aber die fackel ist auch nicht ewig da ne die brennt auch ab was leider durch ist weil der braucht mit tier fett auf jeden fall für ja ich habe mir mal ich war mal so frei und hat mal einen bogen gebaut und 20 feile in der zeit jetzt sollte ich vielleicht auch gleich noch machen ja auf jeden fall und dann müssen wir auch irgendwie mal gucken wird schon wieder nichts mehr ja ich habe jetzt gleich wieder ein bisschen war es noch einen baum und dann komme ich schon zurück aber auch dunkel ja es ist wirklich richtig dunkel also ohne fackel ist schon echt scheiße willst du nur holzwände haben oder auch mit fenster da stimmt wenn es das würde aber untere etage sollten wir vielleicht nur holzwände machen dass keiner durchgucken kann oder ja ok da gebe ich dir recht und dann obere etage fenster mit rein und dritte etage machen wir denn nur so eine halb hohen wende oder so ich habe also gedacht der rasse quasi ja ja auf jeden fall können wir gerne machen ich habe mir an pflanzen ja jetzt geht es richtig schnell weg ja aber findet für habe ich glaube ich noch nach ja eine tür geht noch das ding ist dürfen nicht die letzte wand setzen warum ist ja gleich erstmal eine gilde erstellen wie das hier geht damit damit wir beide die tür benutzen können alles ja das machen wir schon aber die tür ist erstmal offen also wenn wir jetzt die letzte wand setzen ist das nicht schlimm naja dann bleibt die tür bleibt ja wahrscheinlich offen nehme ich jetzt mal an von diesem holz hacken ist natürlich richtig schnell hunger ja schon aber die bären die still den hunger echt gut habe ich gemerkt tatsächlich ja ja also da haben sie auch ein bisschen was geändert also ich kann mich daran erinnern wo ich aufgenommen habe mal da war das ein bisschen problematisch da musste ich teilweise wirklich zwei drei fische essen wenn ich so halb leer war oder eben ich baue jetzt mal diesen bauherrn ist ja oder ja mach mal du kennst damit ein bisschen besser aus was hast du dich schon zwei folgen 2x staffeln gemacht aber ich war immer der noob der zugeguckt hat aber es ist für mich auch eine Premiere dass ich jetzt mit würden mal auto wie spielen darf weil dadurch habe ich eigentlich den würdern sogar kennengelernt sind oder ja du hast meine folgen die gruppe oder fliege ja und dann haben wir irgendwann mal gesagt hey dass wir mal im ts treffen und so ja das ist ein episches erlebnisse ja ja es sind auch gerade mal so aufgefallen und jetzt bist du einer von dem mit dem ich am liebsten spielt ja kann ich nur kurz zu geben das kompliment ein plan erstellen mache ich jetzt mal ja ich komme tech tech ist r punkt e punkt c punkt ab und beginnig okay name ist real and the high mensch uns nicht sogar immer noch echt community geht nicht mehr nur c okay wir wollen uns denn nennen ich weiß ja nicht die das können wir vielleicht den den zuschauen überlassen was hältst du davon das ist eine geile idee sollen die zuschauer mal entscheiden wie wir uns nennen sollen einfach mal in die kommentare reinschreiben und dann wenn wir den besten mal da raussuchen von und ja das wäre geil wenn ihr das macht ich nennen uns jetzt erst mal real survivors ja wir können das ja aber wir ändern das auf jeden fall denn zu dem namen der ausgesucht wurde ja genau was so ein baby ich bin farben bin denn das halt nicht ordentlich die farbe suchen das macht der nächste stand da könnt ihr gleich mit dazu schreiben genau ich wollte sagen schreibt mal die farbe und auch das symbol vielleicht das kann man ja glaube ich auch ändern ja genau wie heißt du hier einfach ganz normal nexus ich weiß ganz normal nexus aber mit großem x ne und alles andere klein geschrieben ach auch das n klein ja alles klein nur das x in der mittel ist groß okay funktioniert das sie wurden vom sie wurden ein mitglied des ecs mehr konnte ich nicht lesen na gut dann hat das aber funktioniert ja ich kann die türen auf und zu machen kann ich das auch ja wunderbar das ist doch die blau oder das ist ja baby blau nicht direkt eher mehr türkis aber wie gesagt ja türkis ist so eine mischung zwischen blau und grün das ist ja das gute es ist nicht schlimm dass du farben blind bist ich bin maler ich kann dir das relativ gut erklären so ach nee können wir zulassen auf jeden fall könnten wir jetzt anfangen meine fakten ist übrigens gleich weg meine wahrscheinlich auch halb ungefähr noch aber ich höre gerade tiger oder so hörst du den auch ich will ihn auch nicht hören ehrlich gesagt oder war es die elefant dahinten aber jetzt habe ich was gehört ich weiß gar nicht wegen deckenbau müssen jetzt erst eine feiler in der mitte bauen damit die decken gehalten werden müssen ja okay da müssen dicken feiler bauen weil die einfach weniger platzwerk nehmen als wenn du jetzt überall so eine kleine hinschelst mache ich jetzt gleich mal ich hole mir nur neues holz ich habe meine fakkel weggeschmissen auch gut dann solange nicht vorher ein scheiterhaufen baust und die in unser haus schmeißt sowas mache ich doch nicht kurze frage an die zuschauer wie kriege ich vorher im haus wieder aus bei kleiner bruder ja wir waren bei mcdonald's erscheint ne ja und mein kleiner bruder hat immer chicken nuggets gegessen ich meine wir waren natürlich nicht bei diesem restaurant wo es schicken nuggets gibt da auch nicht einfach nur ganz normal schicken da jetzt gibt das schicken mac nuggets ja auf jeden fall ist sein bruder irgendwann denn mal da war noch übel jetzt mal oder irgendwann mal so in die stube kommen so ganz lieben da war glaube ich hatte das in 89 gewesen sein und sagt so mama haben wir eigentlich ein feuerlöscher aber der bruder sagt ne wieso und dann sagt er jo die mikrowelle brennt so richtig trocken das ist so geil er hat halt die dinger da reingepackt und auf volle granate gestellt oder so keine ahnung er war noch klein hat gar keine ahnung von dem ding gehabt und irgendwann haben die ja gefangen zu brennen leider ja irgendwie auch klar ne glaub er hat es echt ein bisschen übertrieben aber hey ja ich weiß jetzt nicht ich sorge mal ein bisschen dafür dass wir hier fisch kriegen nein ich hab die fackel ganz weggeschmissen ja ins wasser was soll's ach nee ich muss ja hier jetzt den decken verdammt da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht ich habe jetzt einfach instant zwei vier sechs acht fallen gebaut hier fisch fallen und habe kein seil ja die mussten mit diesem ja da habe ich jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht ja ich habe hier gerade auch noch flachs gefunden ja genau immer drei immer drei stück neben dann nach das ist schon beeindruckend dass das so ist wie es ist machen ja das ist immer das ist also eine gute location erscheint ja hey wie viel holz habe ich denn wahrscheinlich genug wo ist erstmal überall da dinge hin wo es geht halt ja ich finde jetzt auch zwischendurch leinen sein also hier leinen samen das heißt wir können auch dann unser eigenes flachs anbauen da krieg ich kein hin da krieg ich kein hin nur die beiden vier ja zwei stück schaffe ich nicht reich idiot da sag ich jetzt nix so die ganze zeit die fackel wieder ausmachen ist doch hell ja du idiot wenn ich meine fackel die ganze zeit du schreiben mir das vier leute in die kommentare alter macht man seine fackel aus deine fackel nicht wieder aus meinst du schreiben die ich habe eine stufe eingebaut weil ging mir ein bisschen auf den sack was machst du denn hier in der stufe der eine muss hier wieder weg mit würde ordentlich hochkommen das ist das mal verhoffen oder ja der bau setzt gleich noch ein kleines ding hin ok dann müssten wir da eigentlich noch eine decke hinbauen können ok so und was hat es was hatte ich wie was hattest du jetzt gedacht wolltest du jetzt hier oben eine dachterrasse machen dann oder noch eine zweite etage und dann die dachterrasse ich dachte hier noch eine zweite etage und dann die dachterrasse ok mit fenster aber dann ne ja hier mit fenster und ganz oben halt dachterrasse dann oder weil wir brauchen ja jeder im bett wir brauchen kisten wir brauchen die schmiede und all diesen ganzen kram da brauchen wir auf jeden fall platze ich mache jetzt mal einfach nur mit fenstern nach nur wenn sie ok warum nicht wo ja ein bisschen licht hier reinkriegen oder jetzt natürlich die fosten stellen ein fosten ist oben auf dem auf dem dach ein vollfosten ich weiß nicht warum ich die jetzt nicht hin so wende sind zu warum ich die jetzt nicht stellen kann höchste fosten ach diagonal ok ähm die blumenkästen oben auf dem dach oder oder keine anderen naja ganz oben aufs doch ach jetzt kann ich jetzt konnte ich gerade ich glaube das müsste reichen ne ja jetzt müsste man da eine decke entsetzen können das weiß ich leider nicht naja wo ist decke jetzt schon wieder naja wo ist decke jetzt schon wieder ah wunderprächtig da haben wir da natürlich diese fosten das nervt ein bisschen aber gut hauptsache das ist halt nicht aus ne ja dir zu wenn wir hier bleibt die nächste treppe hin bauern auch schon mal ja falls das überhaupt geht er muss glaube ich erst die decke haben oder naja war nicht genug ja ja das kann gut sein aber ich habe auch nicht mehr so viel und hätte ich dir was gegeben holz siehst du deswegen ist auch ganz gut dass wir gathering mal fünf haben weil sonst wäre es echt problematisch das stimmt wohl wobei problematisch noch nicht mal weil wenn man zu zweit ist geht das ja noch na also man wenn ich jetzt mal überlege du könntest jetzt die ganze zeit bauen ich würde dir das holz bringen weißt du dann ist gut na aber ähm du kriegst ja dann immer nur ein bis zwei holz beziehungsweise vielleicht mal irgendwann fünf ne und jetzt kriegst du ja fünf zehn fünfzehn teilweise ne ja genau da ist natürlich so ein 200er stack äh mit zehnmal schlagen äh 20 mal schlagen zusammen fast ne ja da kommt schon echt gut was zusammen von einem einzigen baum ne ja achso ich habe immer noch nicht die seile gecraftet weil ich will unsere fischfallen auch mal äh ausrüsten ausrüsten damit wir dann wirklich da auch eine nahrungsquelle jetzt schon mal haben ohne dass wir hier jagen müssen ja bären möchtest du auch einen bogen gleich haben weil ich habe so viele leihensaal gefunden ach cool ja glauben sie nicht und ich kann immer noch welche machen aber wie viel habe ich kann ich also noch fünf stück machen das ist doch sehr schön dabei kann ich noch nicht setzen ne steinpicker hast du aber auch ne ne ich hab noch nicht nur die axt achso ja ok aber ist auch nicht so stück so außen rum kann man die auf jeden fall immer setzen ohne irgendwelche balken zu bauen mhm mhm also müsste man eigentlich nur äh einen am besten wäre dann wirklich wenn man dann so baut dass man einen einzigen balken nur setzen muss ne na das funktioniert bei der größe hier ne funktioniert das? ne funktioniert nicht achso ich habe es gerade verstanden funktioniert bei der größe ne leider nicht äh jedenfalls nicht das senden weiß nie wie äh jedenfalls nicht das senden weiß nie wie ich habe es auf jeden fall auch schon mal gesetzt ja so ich mache mal eben kurz die fischfallen fest weil wir haben Glück wir haben das Meer direkt hier hinter uns dann ja mal gucken ob wir ihn von hier sehen sehr viel Fischfallen ach da rennt er auch im Wasser rum cool drei Fischfallen sind jetzt fertig von was hatte ich gesagt zwei vier sechs acht stück und ob wir den Erfolg haben mit unseren Fischfallen beziehungsweise wie wir weiterbauen mit der obersten Etage wo der Wöldern schon zu sehen ist das liebe Leute seht ihr in zwei Tagen nämlich in der nächsten Folge und wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen der Kanal von den Wöldern ist natürlich wie gewohnt unten in der Videobeschreibung zu finden und ja schaut auch da gerne mal vorbei lasst einen Daumen nach oben da unten Kommentar und wenn ihr noch ganz neu seid auch gerne ein Abo da sind wir auch immer glücklich drüber und ansonsten sind wir erstmal raus Ciao! Tschüss! 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 Vielen Dank.